Was geht ab leute Zayn ist wieder da und zwar mit den One Piece Spoilern zu One Piece Kapitel 939 wie immer übersetzt vom Pirate Report. Der Titel des Kapitel lautet der alte Hiyo kennt den Weg. Auf dem Cover sehen wir Jim Bay bei einem Krabbenbarbier auch das wird wieder einfach nur so ein Fan Request von Oda sein also nichts spektakuläres dieses Cover. Fangen wir aber nun mit dem Kapitel an und zwar geht's los mit Zorro und zwar Zorro offenbart seine Identität gegenüber Hiyori welche erleichtert ist und auch einen Verbündeten ihres Bruders erwartet hat. Okay warum hat sie denn einen Verbündeten von ihrem Bruder erwartet? Ja gut ich meine jetzt ist die Zeit angebrochen mit dieser Prophezeiung diese 20 Jahre aber dass man ja hey wenn ich einen Fremden treffe der ist bestimmt ein Verbündeter von meinem Bruder. Aufpassen Mädchen aufpassen. Toko ist also das kleine Mädchen was immer lacht ist einer der wenigen engen Freunde die ihr Geheimnis kennen. Okay ich habe so einen Plan über 20 Jahre mit einer Prophezeiung die meine Mutter gemacht hat dass irgendwann die neun roten Schwerter gekommen werden oder beziehungsweise neun roten Schwert scheiden und Orochi stürzen werden und vielleicht auch Kaido. Und dann verrate ich sowas einem kleinen Mädchen. Naja gut man ist jetzt nicht schlimm das ist jetzt kein richtiger Plan der dahinter steckt von Seiten von Hiyori aber ja gut. Aber hier steht drauf ein paar wenigen engen Freunde. Das heißt es besteht auch immer noch die Möglichkeit dass auch Kiyoshiro Hiyoris Geheimnis kennt. Und wie ich es angekündigt hatte Komorazaki ist Hiyori. Falls ihr das Video zu meiner Theorie noch nicht gesehen habt denn meine Theorie führt noch ein bisschen weiter und zwar was den Plan von Kiyoshiro und Hiyori angeht dann schaut doch einfach auf den Kanal bzw ich guck mal dass ich es unten in der Beschreibung verlinke wenn ich es nicht vergessen sollte. Hiyori ist nicht mit in die Zukunft gereist damit der Kozuki Clan bestehen bleibt sollte sie Momonosuke nicht wiedersehen. Also auf gut Deutsch gesagt wird Momonosuke verreckt. Okay das ist halt die Frage aber wozu unbedingt diesen Kozuki Plan bestehen lassen. Ich meine wie das Pornoglyph gemacht wird weiß keiner mehr. Oden ist gestorben bevor es Momonosuke weitertragen konnte. Außer hätte es irgendwann mal Hiyori erzählt aber ich glaube nicht dass es ein kleinen Mädchen erzählte. Also nicht unbedingt so. Aber es könnte sein dass es irgendwas in dem Kozuki Blut bzw in den Kozuki Genen gibt deswegen es so wichtig ist dass der Kozuki Clan bestehen bleibt. Das könnte wieder in Zusammenhang stehen mit den Voices of All Things also dass Momonosuke eben mit Sunisha sprechen konnte. Denn bisher alle Voices of All Things Nutzer haben irgendwie eine Verbindung zum antiken Königreich seien es die Dees oder halt eben Verbündete wie der Kozuki Clan. Deswegen glaube ich irgendwas ja also the Voices of All Things und sowas hat alles mit den Genen und sowas zu tun. Man muss irgendwie eine Verbindung zum antiken Königreich haben damit man das überhaupt beherrschen kann. Deswegen wird diese Fähigkeit auch noch extrem stark sein. Genau. Hiyori weiß aber nichts vom Aufenthalt von Kawamatsu, Denjiro oder Ashura Doji. Drei der Verbündeten die Zoro noch nicht kennt. Ich meine Kawamatsu okay der ist gefangen genommen worden. Kann sie vielleicht nichts davon mitbekommen haben. Denjiro weiß man noch nicht was mit dem ist. Aber Ashura Doji ich meine es ist doch hinlänglich bekannt dass er der Anführer dieser Samurai Banditen ist. Wieso weiß Hiyori sowas nicht? Naja. Wir sehen in dem nächsten Panel Beppo und Co. welche schwer verletzt sind. Ja gut klar. Wenn sie sich halt natürlich mit der Kaido Band anlegen dann wird es ein bisschen schwierig. Aber sie wurden wahrscheinlich gesucht und gefunden und dann direkt auf die Fresse. Naja gut. Von Kawamatsu sieht man dieses Mal einen Teil seines Hutes mit einem Muster drauf. Der Charakter selber bleibt dabei im Dunkeln. Da frage ich mich warum versteckt oder Kawamatsu so? Es gibt ja hinlänglich seines Charakters die Theorien er hätte die Kappa Kappa Frucht weil er immer Kappas sagt. Also Kappas sind irgendwelche so Yokai artige Monster mit so einem Schnabel und ich glaube Schildkröten Panzer und sowas. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder dass er halt eben ein Mink ist. Gibt es auch eine Theorie drüber. Oder deswegen versteckt weil es halt nicht revealen will. Oder ist es halt ein Charakter den wir schon gesehen haben. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Was das Muster auf seinem Hut anbelangt. Also entweder wirklich ein mega spezielles Muster sein. Oder es ist halt einfach diese komische Raute die ihr halt oben auf dem Kopf habt. Die hatten wir ja schon auf den ersten Panels immer gesehen. Hm. Finde ich jetzt noch nicht so spektakulär muss ich sagen. Und dann wechselt die Szene aber rüber zu Ruffy. Ruffy und Heo kämpfen gegen Madillo Man. Ein Amadillo Smile Nutzer. Den hab ich gesehen. Also ein Amadillo ist ein Gürteltier falls ich das was sag. Das sind so diese kleinen großen rattenartigen Dinger mit diesem Panzerung drumherum. Ähm. Sehen wirklich ganz cool aus. Also ich finde die Viecher wirklich geil. Muss ich einfach so sagen. Ähm. Aber der Amadillo Smile Nutzer ist jetzt so. Ja er ist halt ein großer Mann. Mit Muskeln. Hat eine kleine Panzerung auf dem Rücken. Und hält halt zwei Pistolen. Nichts beeindruckend. Das ist halt wieder so ein kleiner Henchman von Kaido. Ähm. Ruffy versucht dabei das erweiterte Rüstungshaki zu meistern. Welches Rayleigh und Sentomaru beherrscht haben. Und welches Gegner wegbläst. Ohne dass sie berührt werden. Er glaubt er könnte damit sogar Kaidos Schuppen knacken. Und das ist mega genial. Vor ein oder zwei Jahren habe ich mal eine Theorie. Besonders eine Theorie in der Reihe gemacht. Und zwar mit den verschiedenen Arten des Hakis und deren Meister. Die Theorien werde ich euch mal unten in der Beschreibung verlinken. Damals hatte ich schon angekündigt. Ja dass die Haki eben aus mehreren. Oder jede Haki Art aus mehreren Formen besteht. So das normale Basic Haki. Wo man halt eine bestimmte Fähigkeit hat. Zum Beispiel dass man halt eben Bewegung besser ausweichen kann beim Observationshaki. Dass man Gegner ohnmächtig werden lassen kann beim Königshaki. Oder dass man halt eben diese schwarze Panzerung um sich bekommt beim Rüstungshaki. Aber ich habe auch jeweils gesagt, dass es dort auch eine Meisterstufe geben muss. Also eine Erweiterung dessen. Und dass es jeweils einen Charakter gibt, der diese Meisterstufe wirklich perfekt beherrscht. Beim Observationshaki hatte ich gesagt, dass es sich dabei um Mihawk Falkenauge handelt. Deswegen auch seine komisch verändernden Augen. Weil er halt eben der beste Observationshaki Nutzer in One Piece ist. Und er halt wirklich alles sieht. Ewig weit sehen kann. Voraussehen kann. Und wahrscheinlich noch viel viel krasser als es überhaupt Katakuri kann. Beim Königshaki hatte ich damals gesagt, dass es Shanks wäre. Deswegen kann er sogar sein Königshaki so weit benutzen, dass es nicht nur Menschen umhaut. oder Tiere, also lebendige Wesen, sondern damit auch Objekte schädigen kann. Auch wenn man Kaido und zum Beispiel sowas sehen, könnte man auch sagen, diese komischen Blitze, die immer rausschießen, dass die ja auch vom Königshaki sein könnten. Und dass diese Charaktere sogar so weit voraus sind mit dem Königshaki, dass sie sich sogar auf ihre Waffen übertragen können. Und damit halt Gegner wirklich K.O. schlagen können. Und beim Rüstungshaki hatte ich damals schon gesagt, dass sich der Meister des Rüstungshaki, dass dieser Kaido sein wird. Und ich hatte auch gleichzeitig gesagt, dass man diese Meisterstufe vom Rüstungshaki, dass diese unsichtbar wäre, also die eben keine schwarze Verwerbung hätte. Und wie wir sehen, sowohl bei Rayleigh als Ruffy diese mega Rüstungshaki-Art gezeigt hat, wo dieser Elefant auf ihn zukam, versucht hat, ihn zu schlagen mit seinem Rüssel, hat er einfach seine Hand gehoben und diese Attacke abgewehrt. Und da war keine schwarze Verfärbung in der Hand. Das war einfach nur so eine kleine Schockwelle. Oder auch bei Sentomaru auf Sabo-Odi-Archipäer, glaube ich, war das. Da hat er ja auch diese Attacke einfach so abgewehrt mit so einem Stoß, ohne dass sich seine Hand verfärbt hat. Und was ich damals in den Videos auch sagte, dass diese letzte Meisterstufe, also die wirklichen Meister davon, diese Fähigkeit nicht einfach nur aktivieren und deaktivieren können, sondern dass bei denen diese Stufe sogar so krass ist, dass sie halt eben dauerhaft aktiv ist. Deswegen hat Mihawk seine kompletten Augen verändert, weil sein Observations-Haki, seine Meisterung davon, ist dauerhaft aktiv. Shanks hat immer so diese Aura um sich, die alle Leute immer spüren können. Deswegen, sobald er halt irgendwo läuft, fallen sie reihenweise in Ohnmacht, wenn sie zu schwach sind. Sowas in der Art. Oder halt eben bei Kaido, dass sein Rüstungs-Haki permanent aktiv ist. Und da ja die zweite Stufe des Rüstungs-Haki sozusagen unsichtbar ist, sieht man es nicht, dass er Rüstungs-Haki hat. Und das würde auch erklären, warum er halt so unverwundbar ist. Dass er aus 10.000 Metern Höhe runterspringen kann, ohne dass irgendwas passiert. Oder warum er alle möglichen Attacken einfach so ohne Probleme abwehren kann und einstecken kann. Oder warum er von der Marine gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, zur Tode hingerichtet wurde, Speere zerbrechen, Galgen reißen, Gelutinen gehen kaputt. Sie können ihn nicht töten oder sie konnten ihn nicht töten, weil sein Körper einfach durch dieses Rüstungs-Haki, durch dieses Permanente immer geschützt ist. Und möglicherweise ist er sich dessen gar nicht so sehr bewusst. Deswegen versucht er sich immer selber umzubringen. Und er verzweifelt, warum es nicht klappt, dass er sich nicht umbringen kann. Irgendwie, glaube ich, hat Kaido wirklich nicht die Peilung, dass er dieses Rüstungs-Haki so perfekt gemeistert hat, dass es bei ihm einfach dauerhaft immer aktiv ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es nichts, was mit seiner Teufelsfrucht zu tun hat. Klaro, Drachenschuppen sind hart und solche Sachen. Aber das Problem ist halt, die Drachenschuppen hat er ja eben nur dann, wenn er seine Teufelsfrucht aktiviert oder in seiner Hybridform ist, aber nicht in seiner normalen Form, wie wir ihn die meiste Zeit sehen. Da hat er dann keine Parts von seinen Teufelsfrüchten. Wir haben ja auch nicht irgendwie einen Rob Luki, der in seiner normalen menschlichen Form auf einer Reißzähne hat oder sowas. Nur, wenn sie ihre Teufelsfrucht aktivieren, kriegen sie eben auch diese Sachen von den Tieren. Und deswegen kann diese Teufelsfrucht nicht erklären, warum Kaido in seiner normalen, sterblichen Form unverwundbar ist. Und auch ein weiterer Punkt ist einfach, er wurde ja von der Marine mehrfach gefangen genommen. Und er hatte sicherlich Seestein-Handschellen an. Und die hätten alle möglichen Fähigkeiten von seiner Teufelskraft ja so oder so deaktiviert und ihn abgeschwächt. Spätestens dann hätte man ihn eigentlich töten können. Aber dadurch, dass halt eben sein Haki dauerhaft aktiv ist, hat es die Marine nicht hinbekommen. Und da gibt es dann eine lustige Parallele zwischen Ruffy und Kaido. Kaido, ein Pirat, wurde öfters gefangen genommen, hat alle möglichen Tortuen und sowas über sich ergehen lassen und hat irgendwann dieses Rüstungshaki so perfekt gemeistert. Vielleicht ist seine große Wunde, die er da hat, noch von der Anfangszeit, wo er eben noch nicht der Meister des Rüstungshakis war. Aber auf jeden Fall hat es sich mit der Zeit immer weiter verbessert und sie konnten ihn einfach nicht töten. Und Ruffy, auch ein Pirat, ist jetzt auch in Gefangenschaft, wenn auch nicht bei der Marine und trainiert dort sozusagen. Er lässt jetzt auch alles über sich hier gehen, macht seine Kämpfe, Auspeitschungen, arbeitet hart die ganze Zeit, hat ganze Zeit diese Seestein-Handschellen an, sodass er sich halt eben nicht mehr auf seine Teufelskraft verlassen kann. Und dadurch wird automatisch sein Haki stärker, weil er halt unbedingt diesen Schutz braucht. Und das macht halt sein Haki dann eben, weil seine Teufelskraft kann er momentan einfach nicht wirklich benutzen. Deswegen denke ich mal, dass am Ende des Arcs Ruffy auch diesen unverwundbaren Körper sozusagen haben wird. Oder so ähnlich haben wird. Oder vielleicht sogar noch besser, weil das Spezielle bei Ruffy ist einfach seine Gum-Gum-Frucht. Wir haben ja damals im Kampf gegen Doflamingo schon gesehen, wenn Ruffy in seine Gear 4-Form gegangen ist und halt eben dieses Rüstungshaki um seinen Körper hatte, war sein Körper, aber nicht einfach nur steinhart oder sowas, sondern er war trotzdem weich wie Gummi, aber hat halt alle Attacken absorbiert. Hat ja auch Doflamingo damals gesagt gehabt. Entschuldigung. Und deswegen könnte es sogar sein, dass wenn Ruffy diese Meisterstufe auch meistert, es bei ihm sogar noch mal deutlich besser ist als bei Kaido, weil er ja nicht einfach nur die Attacken einstecken kann und alles hart ist im Pipapo, sondern weil er die halt auch abfedern kann oder vielleicht sogar die Schläge dann in seinem Körper irgendwann wirklich absorbieren kann und halt mit gleicher Kraft wieder raushauen kann oder mit sogar noch mal verstärkten Kraft wieder raushauen kann. Wäre auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal. Ne, halt. Da haben wir ja noch was. Da kommt ja noch was. Hiyo realisiert, was Ruffy hier gerade tut und demonstriert diese Technik, wodurch er, also diese hier Rüstungshaki-Technik, den Alpaka-Smile-Nutzer eben mal besiegt. Und das ist ein bisschen strange. Also wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit war Hiyo ja so ein richtiger Buff-Dude mit Mega-Muckis und sowas und einem Schwert, war sicherlich auch in irgendeiner Form megamäßig stark, denn sonst wäre er kein Verbündeter von Oden Kotsuki gewesen. Wurde aber irgendwann gefangen genommen, 20 Jahre lang oder ungefähr oder vielleicht 10 Jahre lang. Wir wissen es nicht, zu welchem Zeitpunkt er wirklich gefangen genommen worden ist. Und jetzt ist es ja nur noch diese kleine, zerbrechliche alte Opa. Hey, Oden bitte, habe Hunger. Aber er kann trotzdem noch dieses Mega-Haki benutzen. Ich meine, es ist klar, wenn du es einmal gelernt hast und gemeistert hast, wirst du es auch im hohen Alter und wenn du schwächlich und was weiß ich was bist, nicht verlernen. Aber ich habe auf dem Spoiler-Bilder ja schon gesehen, der haut halt wirklich diesen Alpaka-Smile-Nutzer einfach weg. Das heißt, er hat auch noch diese Stärke mit dabei. Und da fragt man sich dann halt, wieso hat er das nicht schon längst genutzt, wenn er über die Jahre ausgepeitscht worden ist, pipapo, was weiß ich, und hat ihn einfach alle eine Backpfeife verpasst. Vielleicht hat Heo einfach wirklich diese 20 Jahre einfach in Ruhe abgewartet sozusagen, bis er gemerkt hat, dass irgendjemand da ist, der was mit den neuen roten Schwertscheiden zu tun hat und in Ruffy sieht er halt diesenjenigen, diesen Heilsbringer, der Kaido irgendwann besiegen wird und alles. Und jetzt macht er sich halt auf, um halt Ruffy eben beizubringen, wie das Ganze mit dem Rüstungshaki funktioniert. Also haben wir einen neuen Lehrer für Ruffy gefunden. Das waren jetzt auch erstmal die Spoiler zum neuen One Piece Kapitel. Ich glaube, das Video ist ein bisschen lang geworden. 15 Minuten. Tut mir leid. Kommen mal wieder natürlich nächstes Mal vielleicht kürzere Videos. Schauen wir mal. Außer es gefällt euch natürlich, dass sie so lang sind. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wird es aber langsam mal Zeit, ihr Jung. Und wenn ihr mit anderen Leuten über One Piece reden wollt oder auch mal mich antreffen wollt, dann joint doch einfach meinen Discord-Server. Beschreibungen findet ihr unten in... Nee, halt. Links findet ihr unten in der Beschreibung. So. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Morgen der Kapitel Review. Auf jeden Fall wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und haut rein. Ciao. Aufnahme stoppen.